...V-Weser-Ems ist sie unterwegs. 56,6 Strafpunkte in der Tresur. Leider im Hintern ist drei, zwei Bällchen erwischt. Vier Strafpunkte on top hinzu. 3,5 Strafpunkte in der Süpeis Verpackungen in der 16.000 Strafpunkte, in der 17.000 Strafpunkte auf den 18.000 Strafpunkte. Und da kommt sie ins Ziel und im Ziel des Marathons.